Liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, heute will ich mal Feveroni essen. Die haben wir hier. Sind lecker scharf. Aber was ich jetzt hier gerade gefunden habe, das ist ja wohl eher eine Scheperoni. Na gut, in dem Sinne haue ich mir eine Scheperoni in den Hals. Ja, schön Schep. In dem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zu einem meiner nächsten Videos. Euer Sme, ciao.